Herzlich Willkommen zu RIG, Leute! Oh, der TIRKUS! Jetzt geht's wieder los! Wir sind auf dem ZIRKUS! ZIRKUS, 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 ZIRKUS! Ähm, Jahrmarkt, oder? Würde ich eher sagen, oder? Jahrmarkt, ZIRKUS! Warst du damals im ZIRKUS? Öfter, ja. Ich war auch. Würdest du so heutige Zeit... Ich will... Nein, mach erst du. Du kannst du... Nein, nein, nein. Nein, meinst du, es ist noch ein bisschen deeper. Deins könnte vielleicht lustiger sein, ja? Ach, nein, ich kann mich nur... Okay, pass auf. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich damals im ZIRKUS gegangen bin, weil es mir zu laut war. Das war meine Story. Du bist jetzt aus dem ZIRKUS gegangen? Ja, meine Opa Uhr angepisst hat, weil er mir bezahlt hat. Und mir war es zu laut. Und ich dachte, ich will gehen und dann... Oh, ich mach gerade ein Totem kaputt. Ja, und es brennt. Es ist ein Debuff-Totem. Aber jetzt darfst du mit deiner Diepen-Story. Okay, pass auf. Wie findest du ZIRKUS, wenn du in der heutigen Zeit... Also in der heutigen Zeit, wo wir uns ja relativ viel über viel aufregen... Wie findest du einen ZIRKUS für die heutige Zeit bezüglich der Tiere... Wie ich den heute finde. ...Domteure und sowas. Also Elefanten, Löwen und Co. werden ja dressiert, Tricks zu machen. Weißt du, was ich meine? Wie findest du... Es ist gleich der Trapper. Es ist der Trapper. Ja, es ist der Trapper wieder. Wie ich das finde... Äh, naja, wie finde ich das? Also, ich meine... Ich finde... Also, ich glaube nicht, dass es den Tieren besonders gut geht. Nee, das glaube ich auch nicht. Äh... Liebes Thema. Sorry, Leute. Ist eigentlich gar nicht so cool für unser DBD-Ding. Ja, ja. Aber gut, man kann nur kurz... Wir kratzen das an. Man kann nicht drüber reden. Nee, ähm... Nee, denen geht es wahrscheinlich nicht so gut. Ich glaube, damals war es anders als heute. Damals hat man das vielleicht kleiner gehalten, nicht so laut gehalten. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, damals, als der ZIRKUS so entstanden ist, war das, glaube ich, ein bisschen anders auch. Man ist nicht von Stadt zu Stadt gezogen. Und es war, glaube ich, wesentlich chilliger. Heute muss ich ja überall boomen und so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das hat sich auch geändert. Einfach der... Der ZIRKUS an sich hat sich geändert. Und die Tiere sind aber geblieben. Ich glaube, so würde ich das. Weißt du, was ich meine? Ich würde... So einen kleinen Dorfzirkus, wo irgend so ein Dude mit seinem Pferd im Kreis reitet, finde ich wahrscheinlich weiter schlimmer, als wenn jetzt ein ZIRKUS von... von Haus zu Haus zieht. Weißt du, was ich... Von Stadt zu Stadt zieht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Tiere absolut keinen Freiraum oder Platz haben. Das geht ja auch gar nicht. So weißt du, was ich meine? Ich glaube, immer noch, dass das für die Tiere ganz schön kage ist. Ja, na, das sowieso. Aber da... Hilft ihm der oder nicht? Der Killer ist bei mir. Er wusste sogar, wo ich bin. Krass. Wahrscheinlich ist er ein Pör. Kann sein. Ich will... Weil die Vögel ist lustig. Lustig, ja. Das ist richtig witzig. Nee, aber der ZIRKUS Rokali, glaube ich, hat jetzt Hologramm-Tiere. Hast du das gelesen? Der Killer sieht dich. Ja, ist bei mir. Ich versuche dahin zu rennen, zu ihm. Ja, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Also, er hat mich. Er hat mich jetzt auch erwischt. Geschnetzel, ja. Ja, er rennt mir vielfach griechen. Okay, sag so lange er bei dir ist, bitte, weil ich heile unseren Dude. Ich heile unseren Dude doch nicht, weil er in der Bärenfalle ist. Natürlich, klar, ist er der Trapper. Ja, er ist immer noch bei mir. Nee. Ja, er kommt. Äh, äh, äh. Ich, ja. Hält ab von mir! Ja, er ist bei mir. Wir sind tot. Wir sind tot. Okay, schade. Bist du schon mal erkankt? Bist du schon mal gehandelt? Äh, nein. Aber wir sind trotzdem tot. Weil er zu krass ist. Ja, weil wir im Keller sind. Also, ich komme nicht raus. Er steht halt hier. Okay, okay. Ich mache noch aber einen Generator. nicht den Kopf und den Zahn stecken. Wenn der Just Mark hängt, ist es vorbei. Weil der gut ist? Nein, weil er schon gestruggelt hat. Achso, du meinst, für ihn ist es vorbei. Ja, gut, aber ich blühe jetzt erst auf. Für mich ist es auch. Ich bin es auch. Oh, ihr könnt ihn. Ja, ich bin in dem Keller eingespielt. Du kannst nicht raus. Ich bin nicht schon, aber der ist ziemlich stark. Ist nicht stark. Ja, klar. So. Hä? Hä? Ich brauche Hilfe. Hä? Wir brauchen Hilfe. Der Kinder ist bei uns. Ja, aber ich meine, ich brauche Hilfe, weil ich gerne geheilt werden würde. Weil sonst den nächsten Schlag hänge ich dann auf. Dann schließe ich mich an. Gut, ihr seid da oben. Du liegst am Boden? Ich hänge im Haken. Ah, du hängst im Haken. Weil da oben... Ja, gut. Ich komme mal runter. Okay, gerne. Ich komme runter, Kradler. Lass dich nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Und da hängt es doch sicher eine Falle. Noch nicht. Doch, da ist eine Falle. Da ist eine Falle. Nur mich jetzt rette es, wenn wir wieder hoch sein. Nicht die Treppen drauf rennen. Da liegt eine Falle. Du musst links außen vorbeinen. Ja, aber wenn wir jetzt hoch rennen... Äh, Killer kommt ja jetzt. Nee. Er kommt nicht. Links, links ist die Falle. Da ist die Falle. Links vorbeinen. Okay. So. Kein Problem, Krad. Komm her zu mir. Ich halte dich. Ja, hinterher... Warte, ich liege. Gehen. Gehen. Ja, wohin? Hier in die Ecke. Du hinkst noch nicht, ne? Dann halte ich mich zuerst. Ja, okay. Lass dich nicht verarschen. Warum hat der Killer uns da jetzt rausgelassen? Oh no! Er hat den einen nicht mal aufgehangen. Ja, stimmt. Aber ich dachte, ich da... Das ist aber next door, ja? Jetzt hängt er. Er wird ihn in den Keller bringen. Wir können auch nicht hinterher, weil er tot ist. Er hing schon. Okay, dann lass das auch so. Wir müssen weg. Ja, ja, okay. Okay, okay. Wir müssen da weitaus links unten rum. Ja, wir müssen einfach weg von hier. Ja, ja, okay. Ich renne am Rahmen rechts entlang. In ganz großen Schritten. Oh, oh. Oh, das klang nach Falle. Sack. Ja, da wäre eine Bärenfote wäre jetzt ab. Ich höre ihn schon wieder. Ist das so schnell? Ja, ist schnell. Er hat einen Perk und Speedrun heißt das Perk, ey. Ah, gut. Da ist er gebrochen. Drei Gens, Alter. Ja, wir brauchen noch drei. Zwei haben wir schon geschafft, aber... Schon. Ja, schon wäre tot, falls du es nicht mitbekommen hast, ja? Ja, aber das... Läuft der mir straight hinterher, echt? Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Okay, genau. Wo ist er? Ja, genau vor mir. Ah, du bist... Okay, okay. Ich bin beim Todespferd hier. Ja, ich auch. Ja. Rapperielli, da, hallo. Ja, man. Isle Rapperielli. Das dauert aber lange. Scheiße, das dauert so lange. Ich habe sogar Todium aufgemacht. Gute Fähigkeit, Chey. Fährt du vor... Fährt halt die Schnauze. Es verrät uns. Fährt. Rapperielli. 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 Wir müssen es opfern. Opa. Rapperielli. Was magst du lieber, Fanta oder Cola? Fanta mag keiner. Magst du wenig? Weniger als Cola. Cola? Warte, nee. Weil, was... Ist denn noch ein Gen? Ja, ich suche einen. Ich glaube, im großen Haus, oder? Da wird dann noch einer sein. Bist du nicht? Wir sind schon wieder getraint, Alokat. Aber... Zirkus... Wie findest du Hologam-Zirkus? Cool, irgendwie. Oder Fake? Oder... Finde ich... Fake. Glaub es ist, Alter. Finde ich schon real. Ich bin in der Bärenfalle. Ja, moin. Ja, moin. Das war es ja komplett. Kannst du nicht das sein? Das ist schon so... Ja, moin. Lecker Schmecker. Ich bin mit Bärenfall auf meinen Nacken. Okay, okay. Kein Problem. Komm. Ja, moin. Oh, ich seh ihn da hinten. Er macht Auge. Oh, what the fuck. Er zu dem Haken wahrscheinlich. Naseweil. Haben Sie mich gesehen? Nee, er arbeitet noch. Jetzt macht er dich. Ach so, ja. Gut, okay. Ach so, hier liegt eine... Ich weiß nicht, ob er sie geplaced hat. Ja, ich bin gerade am Struggeln. Ja, ja. Alter, der Kaken macht Auge. Also, er will mich ins Auge... Wui! Wann werde ich gerettet? Ja, warte. Ich bin... Ich laufe gerade weg von dem Dude. Fantastische Runde... Wer rettet dich hier in Gamer? Ich weiß, ich kann mich nicht umgucken. Ich muss struggeln. Ja, ja. Dann schau doch und struggel. Ich laufe nämlich gerade von dem Killer weg. Ich werde halt einmal nicht gerettetet. Ja, ich würde gerne... Keiner rettet mich, ich weiß es nicht. Und jetzt rennt ihr beide hier hin. Nee, Mann. Guck der Mann zu mir, nicht zu dir. Nee, er ist bei mir. Er rennt mir nach. Aber jetzt bin ich tot. Er wird mich tot spüren. Oh nein, oh snap. Der hat jetzt eine Bärpfanne gehabt. Snap, echt nicht? Ja. Nein, es ist der Bärdi. Oh, ich glaube, wir werden das nicht überleben. Wir konnten es leider nicht... Wir können ja vor die Zeit nicht sagen, wie es im Zirkus wirklich abgeht. Oh, ich hänge. Wie oft schon? Nein, das erste Mal. Du, ich bin ja ein guter Spieler. Fluchtversuchen mache ich nicht. An der Bärenfalle gelingt? Äh, nee, ich glaube nicht. Prinz Pilav. Nee, du bist Prinz Pilav. Ja, du klar. Pim's Pilav bist du ja. Los, komm mit. Wohin? Hier lang. Ja, ich laufe dir nach. Ja, ich laufe dir schon nach. Okay, jetzt gehen. Ja, okay, okay. Gehen, gehen. Können wir nicht einfach Raubelatt machen? Und jetzt hier? Hier sieht er uns nicht. Ach, das ist aber gut. Ja, bricht halt wieder ab. Ja, ist halt Daylight. Ist halt noch in der Alpha. Ja, gut, richtig. Ist halt noch in der Alpha. Aber es soll wirklich gut werden. Die haben mir damals 1000 Beta Keys geschickt. Ah, zack. So. So, sind wir wieder back in business. Yeah, back in business, you boys. Oh nein, der ist schon. Innen im Haus oben ist noch ein Generator. Aber da könnte noch eine Falle liegen. Na, hallo. Ich bin der Bim Spieler. Deswegen gehe ich da jetzt hin, denn. Wo? Da drinnen, oben, oder was? Hier rechts. Oh nein, unser Mate hängt. Ja, lass sie nicht so. Mach mal, reparier mal mit Kasten. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Kasten oder Manipulationskasten ist. Das ist dasselbe, du Manipular. Ich bin nicht. Nimm meine Polizistikast zum Haken entfernt, dachte ich. Oh, na. Oh, warum verdient sie so schnell die? Er hat aufgegeben. Ach, wer sind die letzten Lebenden? Wir sind die letzten. Aber es sind doch die Klasse. Aber ich glaube, wir hätten es nicht schaffen, ne? Ich hoffe, rette uns. So sieht er uns. Ich glaube, er hört den General. Die Kirche hat keinen Strom. Stimmt. Warum geht ein Leuchttender Kirchen? Hallo, oder? Keine Ahnung. Ne, aber ich denke mir halt echt so. Wenn er weiß, wo wir sind, ist das wirklich unfair. Ja, du, ich bin am Reparieren. Mach da jetzt nicht. Wir reparieren mal. Er ist außerhalb nicht da lang, nicht da lang. Hier geht es nicht lang. Hier geht es nicht lang. Ich bleib drin. Ich bleib drin. Oh, ich glaube, er ist in der Kirche. Ich glaube, er bleibt in der Kirche. Oh, da jammert es an. Ne, aber hübsch. Jetzt nehmen wir so ein Dingsjahn. Kabel in Deckung. Wer repariert jetzt den letzten... Ja, ich suche ihn. Ich suche ihn gerade. Aha, ja. Aha. Suchst du auch gerade? Ne. Ich wollte mich verstecken, bis du fertig bist. Ja, so kenne ich dich. Ich habe aber so... Ich kann aber... Ich habe eine Vermutung. Ja? Da geradeaus. Da, wo die Lampe nicht leuchtet. Kabel, ich höre ihn. Wer von uns zuletzt überlebt gewinnt? Ja, gut. Okay, okay. Er kommt von vorne. Er war vor uns gerade. Ich sehe ihn, ja. Okay. Hier links ist ein Generator am Laufen. Brudi. Wo bist du, Ludi, ey? Masseltoff! Masseltoff. Er ist da. Er holt dich. Jetzt lauf schön weit weg. Pilav. Ja. Brimst Pilav forever. Ich glaube, ich brauche drei Minuten für den Gen. Okay, 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 okay. Mach perlisch, Rudi. Ich bin der Skillcheck-Master. Aber das reicht doch nicht. Du bist Toad-Krepülse, ne? Ja, du bist so schützlos. Hallo, ich. Ah, verfehlt. Ja, du bist... Ja, du hängst noch ein bisschen mehr an, ey. Du musst es machen, jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er macht... Wie lange warst du bis zum Haken? Naja. Ich weiß nicht, ich wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ach wie, du hängst schon? Ja, ihr wartet, kann nichts nach Wiggler zu sein. Mach, mach Hack-Mack, sodass er denkt, oh, ich bin in der Nähe. Ach, kannst du nicht? Du musst ja... Wir sollen struggeln. Er ist aber weg von mir. Er kommt genau zu mir. Gott. Die Luke. Soll ich mich töten lassen? Nee, 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 nee. Okay. Dann... Bin ich jetzt richtig am strugglen. Bah! Jo. Huuu. Ich bin da richtig am drücken, du. Drück so schlimm, ich kann. Er hat mich gesehen. Hab mich gesehen. Töte, stirb, kaputt, ist die Luke, ja. Okay, sterb, 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 sterb. Okay, ich sterb. Für dich bin ich gestorben. Okay. Will ich die doofen Katze ins Ende, die kenne ich eh schon 20. Ach, nee. Siehst du Katze? Was, siehst du, Luke? Katze? Survive! Survive! I will survive! Survive! Du schreist auch wie... Ich glaube nicht, dass sie so schön in der Kirche ist. Ich drehe ihn glaube ich auch nicht. Komm dich um. Ist sie das? Ist sie das? Sie wird irgendwo in so einem kleinen Gemäuer sein. Ich würde aber einfach schauen. Geh, du, geh. Ach, du schreist aber gut. Vorsichtig. Da ist sie! Huh! Let's sing out! Das ist ja unglaublich. Ave Maria, ja? Marsteltoft. Ach. Riech. Überleben. Ehrenbruder. Eigentlich richtig gut. Runde war auch. Haule Schäfer. Boah, was ein Thema heute. Wenn ihr auch schon mal von dem Zirkus gehören habt, dann kennt man weiter. Kennt ihr den Zirkus? Kennt ihr den Zirkus? Das ist mein Flaggband. Schaut noch mal kaputt zu machen. Ich sage mal, es ist gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.